Kindesliebe, Vaterliebe Werdet wie die Kinder, dann werdet ihr mich auch lieben können, wie ein Kind seinen Vater liebt. Widersetzet euch nicht meinem Willen, sondern lasst euch führen. Ergreifet meine Vaterhand und folget mir widerstandslos und voller Vertrauen, dass ich euch recht leite. Dann seid ihr auch jeder Verantwortung enthoben, denn der Vater fordert von seinem Kind keine Rechenschaft, so es stets in seiner Nähe ist und in kindlichem Gehorsam den Willen des Vaters fügt. Dann umsorge ich meine Kinder mit übergroßer Liebe. Ich nehme sie an mein Herz und lasse sie nicht mehr von mir, denn dann sind sie mein auf ewig. Ich verlange nichts als ihre Liebe, und so ihr in mir euren Vater seht, so ihr euch als meine Kinder fühlt, wird auch in euch die Liebe sich entzünden, und ihr werdet mir angehören wollen und also auch meinen Willen erfüllen. Das Kind weiß, dass es bei seinem Vater den rechten Schutz findet. Es weiß, dass es behütet wird und dass es versorgt wird mit allem, was es benötigt. Denn die Vaterliebe lässt ihr Kind nicht in der Not, und darum bringt das Kind auch seinem Vater die Liebe entgegen, weil es sich von ihm geliebt weiß. Und darum will ich, dass ihr mich als Vater erkennet, weil ich nach eurer Liebe verlange und euch für mich gewinnen will. Ihr seid mein von Anbeginn, doch erst, so ihr euch mir selbst hingebet, seid ihr in Wahrheit meine Kinder, ansonsten ihr nur meine Geschöpfe seid, wohl von mir ausgegangen, aber nicht in der Liebe mit mir verbunden. Erst die Liebe macht euch zu meinen Kindern, denen ich ein rechter Vater sein will. Erst die Liebe zu mir stellt das rechte Verhältnis her, und um diese Liebe werbe ich seit Ewigkeit. Ein Kind, das mich von Herzen liebt, wird höchste Seligkeit finden an meinem Vaterherzen, denn dieses schlägt ihm in heißer Liebe entgegen. Und wer meine Liebe besitzt, der ist selig im Übermaß. Wenngleich der Körper dies noch nicht spürt, solange er auf Erden weilt. Doch die Seele spürt die Kraft meiner Liebe und wendet sich in ständigem Verlangen mir zu. Sie strebt mir entgegen und hat Verlangen nach meinem Wort. Denn die Liebe suchet den Zusammenschluss, und da das Erdenkind mich nicht sehen kann, will es mich hören, und darum lauscht es auf mein Wort, das ihm im Herzen ertönt. Und zu meinem Kind spreche ich Worte der Liebe und des Trostes, Worte der Kraft und der Gnade. Ich gebe ihm, was es begehret, Licht und Kraft, auf dass es er starke und seine Liebe zu heller Flamme sich entfache. Dann neige ich mich zu ihm und ziehe es zu mir empor. Ich erhebe es aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, so wie es nichts mehr auf Erden verlangt, als nur meine Liebe. Dann ist es reif für das geistige Reich. Denn so es die Liebe hat, ist es mir gleich geworden. Und es braucht sich nimmermehr zu trennen von mir, weil es ewiglich mit mir verbunden bleibt, weil es die Liebe zu mir im Herzen entzündet hat. Und also sollt ihr wie Kinder zu mir aufschauen, dann werdet ihr mich auch Kindern gleich lieben können und mit aller Innigkeit nach mir verlangen. Und dann gehöret euch meine Vaterliebe, und ihr werdet selig sein. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020